Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Sabine. In Nova Kammer parat, bin ich bei dem Herr Gartner. Ja, hier ist Gartner. Wie kann ich denn helfen, bitte? Herr Gartner, ich meine, ich habe mich in Auftrag von der SGS-Agentur für Energiepreisoptimierung. Ja. Und zwar haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihren Strom- und Gaskosten bis zu 20% zu senken, da es bei dem Anbieter zur Preissenkung gekommen ist. Ja, das ist doch gerade erst teurer geworden, oder nicht? Wo, bei Ihnen vielleicht? Ja, ich habe das ja nachbezahlen müssen. Und jetzt wird das wieder günstiger. Muss ich das denn nicht überweisen? Okay, bei welchen Anbietern sind Sie jetzt aktuell, sagen Sie mir? Ja, die Stadtwerke. Das ist ja ja normal, im Prinzip. Ja, und beziehen Sie auch Gas bei Stadtwerken oder nur Strom? Ja, Gas haben wir auch. Jede Menge sogar. Super. Sagen Sie mal, wie viele Kilowattstunden verbrauchen Sie bei Strom, wie viel für Gas? Dann kann ich Ihnen sofort sagen, haben Sie jetzt das Anrechte, den Unterschied? Weniger Zahlen für Strom und für Gas? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Ich bin ja schon älter. Kein Problem. Ja, danke schön. Sagen Sie, in welchen Jahrgang kamen Sie? Wie bitte? Wann sind Sie geboren? Wann sind Sie geboren? 1945. 1945. Jawohl. Wie viele Kilowattstunden verbrauchen Sie in einem Jahr für Strom? Wie viel für Gas? Wohl Sie gesagt, eine Menge bei Gas. Ja, das ist ja wegen der Heizung, nicht wahr? Das ist ja ein strammer Winter gewesen für den Erwin und mich. Ne? Und da haben wir halt entsprechend viel heizen müssen. Weil das ist ja, man weiß ja vorher nicht, ob man sich jetzt in der Küche oder im Badezimmer aufhält. Und da muss man das ja vorher heizen. Weil das dauert ja sonst zu lange, bis der Raum aufgewärmt wird. Weil mein Enkel, wenn der als nachts zur Toilette läuft, nicht wahr? Da ist man ja nur so eine Minute. Da dreht er immer die Heizung auf. Und wenn man dann morgens da reinkommt, da könnte man die Spiegeleier braten. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Sagen Sie mir, was haben Sie für einen Verbrauch? Ja, Gas, wie gesagt. Für die Heizung. Ja? Ja. Oder was meinen Sie? Auch für Strom und auch für Gas. Sie meinen, was das kostet? Ne, was Sie im ganzen Jahr Kilowattstunden verbrauchen. Woher kann man das denn ersehen? Steht das auf diesem Zähler dran? Ne, ja, aber es steht auch genau in der Jahresabrechnung von Stadtwerken. In der was, bitte? Jahresabrechnung. Sie meint, da wo dann drauf stand, dass ich nachbezahlen muss. Richtig. Soll ich das jetzt raussuchen? Können Sie das machen? Ich warte in der Leitung auf Sie. Weil ich habe das ja im Prinzip, weil ich so wütend war, in den Mülleimer geworfen. Soll ich da nachgucken für Sie? Wenn es kein Problem ist, bitte nehmen Sie die Unterlagen dann raus, dass wir das in Ruhe und Nieren durchlesen können. Ja, ich werde da mal gucken. Ich habe da so ein schnurloses Telefon zu Weihnachten bekommen. Da kann ich Sie sogar mitnehmen, wenn Sie da hin möchten. Kein Problem. Super, ich warte mal in der Leitung. Was wollen Sie bitte? Wie viel genau verbrauchen Sie Kilowattstunden für Strom in einem Jahr und für Gasdauer? Ja, ich guck mal eben. Danke Ihnen. Das ist die Zeitung. Das wollen wir ja nicht. Hätten Sie gestern angerufen, hätte ich es nicht weggeworfen. Aber das weiß man ja vorher nicht, nicht wahr? Richtig, so ist es. Das sieht gut aus. Man weiß nicht, was es morgen passiert. Ja, das Endabrechnung für 2017 dann, nicht wahr? Weil 2018 ist ja noch nicht mal zur Hälfte vorbei. Richtig, so ist es. Ja, also hier steht jetzt ja im Prinzip, Strom habe ich ja im Prinzip 73 Euro nachbezahlen müssen. Das ist eine ganz schöne Summe, muss man sich mal vorstellen. Richtig. Was steht Verbrauch bei Ihnen? Wie viele Kilowattstunden haben Sie einen Verbrauch und für welchen Verbrauch haben Sie die Nachzahlung bekommen? Ja, das ist für den Strom gewesen. Und für das Gas sind es 21 Euro gewesen. Nicht wahr? Also das ist ja im Prinzip sind das ja 94 Euro, die wir dann da extra bezahlen mussten, der Erwin und ich. Sagen Sie mir bitte, was zahlen Sie genau monatlich für Strom und Gas? Also bei Strom ist das ja 55 Euro und beim Gas ist das 37 Euro im Prinzip. Das ist eine hohe Summe, wenn man das mal in D-Mark umrechnet, nicht wahr? Okay, und was haben Sie für einen Verbrauch genau? 1.500 bei Strom, was bei Gas? Was ist mit 1.500? Haben Sie einen Verbrauch von 1.500 Kilowattstunden in einem Jahr für Strom? Nein, hier muss ich mal kurz meine Brille aufsetzen. Das ist so klein geschrieben. Das ist ja für mehr Schweinchen geschrieben, so klein ist das. Also hier steht Ihr Jahresverbrauch betrug 2017 1.679 kWh. Was auch immer 1 kWh ist. Ja, bei Gas? Ja, bei Gas sind das ja im Prinzip 9.800 gewesen. 9.800? Ja. Okay. Das ist ja so viel mehr, obwohl das so viel weniger kostet. Ist Gas günstiger als Strom? Okay. Sie haben jetzt Anrecht, Herr Gartner, für denselben Verbrauch von 1.679 Kilowattstunden monatlichen Abschlag von 47 Euro zu zahlen. Bruttopreis mit Mehrwertsteuern. Kann man das auch ohne Mehrwertsteuer machen? Dann ist es mehr für Sie. Ach so, nee, dann ja nicht. Ich dachte ja, vielleicht können wir das weglassen, so wie wenn der Handwerker kommt und fragt, brauchen Sie eine Rechnung? Dann sage ich, nein. Weil ich kriege das ja nicht wieder. Nee, das sind die Preisen, Bruttopreisen gerechnet. Das bedeutet keine Nachzahlung oder so etwas, das Sie noch zusätzlich zahlen müssen. Das sind die Preisen mit Arbeitspreis, mit Großpreis, alles gerechnet. Ja, jetzt muss ich nochmal fragen. Ich komme da immer durcheinander. Wie war das mit Brutto und Netto nochmal? Ich verwechsel das immer. Was bedeutet das nochmal? Ich rechne Ihnen die Preisen sofort Bruttopreisen. Wenn Sie einen Nettopreis haben, das bedeutet, dass Sie dann nochmal zusätzlich zahlen müssen. Weil das ist nicht der genau Preis, den Sie in einem Jahr haben. Ich rechne sofort Brutto. Das bedeutet, ich bekomme auch sofort den Preis im ganzen Jahr für Sie. Ja, also ist Brutto quasi der Gesamtpreis, dass wir uns richtig verstehen. Richtig. Sehr gut. Bruttopreis ist Gesamtpreis. Da finde ich es jetzt sehr gut. Nicht, dass es sich nach einem oder zwei Monaten der Abschlag ändert. Er bleibt für Sie das ganze Jahr fest. Wenn es jetzt bei dem Fall bei Ihnen 47 Euro ist, zahlen Sie dann auch ganzes Jahr oder 24 Monate auch den monatlichen Abschlag, den ich Ihnen gesagt habe. Ja, ja, normal zahle ich das ja aber im Monat. Muss man das jetzt im Voraus bezahlen? Nee, 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 nee. Sie zahlen es monatlich. Ach so. Also wie bisher, nur das weniger. Monatlich 74 Euro. Also quasi wie immer, nur weniger jetzt, ja. Richtig. Und was Sie auch bekommen haben, ist der zwölfte Monat ist gratis sozusagen, Bonus für Sie. Der was bitte? Den zwölften Monat zahlen Sie nicht. Wie bitte? Sie zahlen dann nur elf Monate für Strom und für Gas. Ja, aber im Dezember muss ich ja auch Strom haben. Da ist ja Weihnachten im Prinzip. Sie bekommen das. Das ist der Bonus bei dem Anbieter Immergrün. Bei was bitte? Bei Immergrün. Was ist das? Bei Immergrün. Da haben Sie jetzt die Möglichkeit, weniger zu zahlen. Nicht mehr 55 Euro monatlich, sondern 47 Euro monatlich. Und bei Gas zahlen Sie jetzt nicht mehr die 73 Euro. Ja. Sondern Sie zahlen monatlich bei Gas eine Sekunde 59 Euro. Bruttopreis mit Mehrwertsteuern. Was bezahle ich beim Gas? 59 Euro bei Gas. Das jetzt... Nicht mehr 73. Ne, 37 habe ich vorher bezahlt. Sie können das doch nicht 20 Euro teurer machen. Okay. Für welchen Verbrauch? Ja, 9000. Nicht wahr? 9000 und so wenig, dass Sie zahlen. Ja, deswegen habe ich ja nachbezahlen müssen. Au. Weil der Winter ist ja sehr kalt gewesen. Und ich sage ja im Prinzip, ich habe ja so einen Zwergdackel-Chameleon. Und das muss ja auch beheizt werden im Prinzip, sonst bewegt die... Kennen Sie Chameleon? Ne. Diese Tiere, die so die Farbe von Umgebung annehmen können. Ah ja, okay, die Tiere kenne ich ja. Weil die bewegen sich ja sowieso schon sehr langsam. Und wenn das in der Wohnung dann sehr kalt ist, dann verfallen die im Prinzip ja in Winterschlaf. Das darf ja aber nicht passieren, weil der ernährt mich ja quasi. Auch wenn er sehr langsam ist. Das ist ein stetiger Prozess einer Synergie, nicht wahr? Natürlich. Mir ist es auch lieber, dass es warm ist, nicht kalt. Ja, ich meine, wir sind ja keine Chameleon, Sie und ich, aber wir wollen ja auch nicht frieren. Super. Aber manchmal wäre das schon gut, wenn man Winterschlaf halten könnte. Dann würde man ja immer viele schlimme Sachen nicht mitkriegen, nicht wahr? Ja. 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 Auch so, so ist es. Aber das geht ja nicht. Viele Sachen hören man auch. Kälteschlaf und so. Das kennt man ja nur aus dem Fernsehen. Aber das wäre mir dann auch wieder zu kalt, muss ich sagen. Okay. Ja. Herr Gattner, machen wir jetzt weiter mit dem Thema. Später können wir dann auch weitermachen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass in genau acht Monaten schon wieder Weihnachten ist, junge Frau? Ja. Das ist jetzt auch schon fast wieder. Da geht der Stress schon wieder los. Habe ich gerade auf dem Kalender entdeckt, zufällig. So ist es. Ja, dann können wir den Christbaum zum Leuchten bringen. Noch acht Monate und dann haben wir nochmal Weihnachten. Ja, mal wieder, ne? Und die Menschen werden wieder so in Panik verfallen, weil man das ja gar nicht voraussehen kann, dass in ein Jahr wieder Weihnachten ist. Das kommt ja immer so überraschend, nicht wahr? So ist es. Da muss man ja eigentlich auch mal gegen vorgehen. Also so eine Kette am Supermarkt anbringen. Aber das würden die, glaube ich, nicht akzeptieren. So ist es. Ja. Okay. Was ich jetzt dafür sehe, natürlich, weil auch mein Vorgesetzter da ist. Für Gas habe ich jetzt für Sie, genau, ohne Nachzahlung, Herr Gartner, 55 Euro monatlichen Abschlag für 24 Monate. Festpreisgarantie und auch ein Monat ist auch Bonus für Sie. Das bedeutet, Sie zahlen nicht den zwölften Monat, Herr Gartner. Das ist sehr gut. Und wie viel kann ich dann verbrauchen? 9000 Kilowattstunden. Ja, aber warum ist in Ihren 9000 so viel teurer als die alten? Weil Sie die alten Preisen vor ein Jahr oder zwei Jahren abgesichert haben. Es ist nicht mehr so wenig. Der Arbeitspreis von zwei Jahren war 2,43 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt ist er hoch. Jetzt dreht sich auch bei 7,28 Cent pro einer Kilowattstunde der Preis für Gas. Ach so. Und das muss man jetzt quasi auch für einen neuen Vertrag aktualisieren, ja? Ja, weil das ändert sich. Ach so. Wenn Sie jetzt auch, auch bei Ihnen steigt der Preis. Weil auch die Preisen auch in der Börse streichen und bei allen Anbietern geht es dann nochmal hoch. Und nein. Dreimal bis viermal im Jahr senken auch die Preisen, aber danach gehen auch hoch. Ja, aber warum ist mein Gas denn bisher dann nicht teurer geworden? Das ist jetzt das erste Mal, dass mir das passiert. Jetzt habe ich Sie nicht richtig verstanden. Bitte nochmal. Wie bitte? Bitte nochmal. Ich habe Sie nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Was meinen Sie denn? Für Gas. Was wollten Sie sagen? Es ist jetzt zu teuer, oder? Ja, das ist ja jetzt das erste Mal, dass das teurer wird bei mir. Ich habe das ja sonst immer, sage ich mal, so günstig gekriegt und habe jetzt ja im Prinzip 21 Euro nachbezahlen müssen. Und jetzt sagen Sie mir, dass ich im Monat 21 Euro mehr bezahlen soll, wo ich 21 Euro fürs Jahr nachbezahlt habe. Das versuche ich zu verstehen. Herr Gartner, wenn es Ihnen auch weiterhin passt, dass Sie die Nachzahlung bekommen und dieses Jahr vielleicht noch mehr, bleiben Sie bei dem Tarif? Ja, man muss das ja machen. Meine Arbeit ist Sie nur, zu zeigen, wie viel ist jetzt der Preis für Sie. Mit 9000 Kilowattstunden für Gas. Und ich habe jetzt nur hier den günstigen und den besten Preis für Sie. Ja, aber meiner ist ja deutlich günstiger. Ja, also bieten Sie mir das jetzt an, obwohl das gar nicht besser ist. Wie lange noch, Herr Gartner? Ja, das weiß ich. Ich weiß ja auch nicht, wie lange ich noch lebe. Wenn man Sachen vorher wüsste, nicht wahr? Da wäre ja alles anders. Aber vielleicht zahlen Sie noch diesen Monat die 37 Euro und was kostet danach? Ja, das weiß man ja nicht vorher. Aber ich weiß ja auch nicht, ob man dann 55 bezahlen muss. Okay. Oder nicht? Oder 60 Euro oder 70. Das ist ja nicht gut. Oh, okay. Das ist ja... Deswegen sage ich ja auch. Ja, das ist ja ein großer Unterschied. Das wäre ja fast die dreifache Menge von vorher. Herr Gartner, dann lassen wir das bei Gas. Ich kann Ihnen dann die Preise für Strom reduzieren. Ich meine ja, wenn das jetzt auf 70 Euro hochgehen würde. Das wäre ja das Doppelte, wie was ich jetzt bezahle fast. Bis auf so ein paar Euro. Herr Gartner, das ist die Entscheidung, die Sie alleine treffen. Ja, das ist gut. Das mache ich eben schon mein ganzes Leben lang. Ja. Ja. Herr Gartner, ich kann Ihnen nur, wie ich Ihnen gesagt habe, für Strom und für Gas die Preise absichern, nach Hause zusenden. Dass Sie das nochmal in Ruhe und Nieren durchlesen, vergleichen und sich selber davon überzeugen. Ja, lesen ist schwierig. Was ich auch nur von Ihnen brauche. Ich bin ja im Prinzip blind. Ich kann ja nicht lesen. Können Sie das in Blindenschrift schicken? Bitte nochmal. Die Frage ist gewesen, ob Sie das in Blindenschrift schicken können, weil ich das sonst nicht lesen kann. Nur langsam nehmen Sie sich bitte die Brille wie jetzt, wo Sie den Verbrauch durchgelesen haben. Ja. 14 Tage haben Sie Zeit, Herr Gartner. Ja, so lange werde ich nicht brauchen. Ich bin ja kein Maulwurf im Prinzip. Super. Dann auf die Schnelle können Sie das auch durchlesen. Nehme ich an, dass Sie das noch schaffen können, oder? Ja, obwohl manche Leute nennen mich Herr Maulwurf. Das ist im Prinzip ja mein Spitzname. Ah, super. Ja. Sie dürfen mich ruhig auch so nennen, weil Sie sind mir sehr sympathisch. Ah, danke Ihnen. Sie mir auch. Ja. Können Sie meinen... Eine nette Stimme haben Sie auch. Wie bitte? Eine nette Stimme haben Sie ja auch. Na, vielen Dank. Ich gebe mir da ja im Prinzip die größte Mühe. Super. Mach ich das gut. Sie wollen auch Menschen zum Lachen bringen. Ja, natürlich. Das ist ja im Prinzip der Sinn des Ganzen hier neben der Aufklärung. Im Prinzip mache ich das gut, finden Sie? Richtig. Machen Sie auch. Sehr super. Und toll. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Die anderen sagen das auch immer. Aber wenn das... Manchmal so eine negative Rückmeldung dabei. Aber der Großteil ist da zum Glück ja immer sehr zufrieden mit mir. Kann ich mir auch denken. Ja, das ist sehr gut, dass wir uns da einig sind. Wann sollen wir uns denn mal auf einen Kaffee treffen? Da kann ich Ihnen aber die Antwort nicht rausgeben, sozusagen. Weil ich bis 18 Uhr arbeite und ein paar Tage bleibe ich auch bis 20 Uhr hier. Ja, das ist ja... Ich habe ja nichts weiter vorher. Ich bin ja schon älter. Also Sie können da so einen Mitternachtssnack... Ja, ich bin im 1990 Jahrgang, Herr Gartner. Aber einen Kaffee kann ich aber auch mit Ihnen trinken, wenn ich auch frei bin. Und wenn ich bei Ihnen vorbeikomme, in der Fußstraße 42, 25813 Hussum. Wo wollen Sie denn? Wo ist denn Ihre Firma? Meine Firma? Ja, Ihre Firma. Ich habe ja keine. Ja, sehen Sie auch die Rufnummer? Wie gesagt, ich bin ja blind. Ich kann ja nichts sehen. Ich melde mich aus Gütersloh. Gütersloh, das ist ja ein bisschen weiter weg. Ja. Aber hier so ein Abstecher an die Nordsee, der lohnt sich allemal. Ja, so ist es. Okay, Herr Gartner, natürlich, wie ich Ihnen gesagt habe, dass ich Ihnen die Unterlagen zusenden kann für Strom. Obwohl Sie auch das Landrecht haben, weniger zahlen. Brauche ich die Kundennummer und die Zählernummer. Ja. Wieso ruft meine Stadtwerke mich eigentlich aus Gütersloh an? Die sitzen doch hier in Husum. Oder ist das die Verwaltungszentrale? Ich melde mich nicht von den Stadtwerken. Da haben Sie, Herr Gartner, irgendetwas Falsches verstanden. Ach so. Ich melde mich von SG, SD, Agentur für Energiepreisoptimierung, Energieberater persönlich. Von was, bitte? SG, SD, Agentur für Energiepreisoptimierung. Wir sind Energieberater und arbeiten mit vielen Anbietern zusammen. Ach so. Ich glaube, das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Das ist von Energieministerium, nicht wahr? Nee. Nicht? Von da melden wir uns nicht. Ach so. Ich kenne mich ja nicht so aus mehr in der Welt, ne? Das ist ja alles schon ein bisschen länger her, dass ich da umher geflitzt bin. Hallo? Hallo, ich bin da. Ja, ich höre Sie. Ja. Haben Sie die Kundennummer und die Zählernummer, Herr Gartner? Die was, bitte? Haben Sie bitte die Zählernummer, dass ich Ihnen die Preisen absichern kann für Strom und nach Hause zu senden? Ja, das ist Schulstraße 42, aber das sagten Sie doch gerade selber, oder meinen Sie die Postleitzahl? Nee, 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 die Zählernummer. Weiß Sie jetzt nicht, was Sie meinen? Wo Sie den Verbrauch bei der Jahresabrechnung von Stadtwerken, Husum, gesehen haben, steht Zählernummer. Ja, das sind 55 Euro im Monat. Ja, das sagen Sie, ich brauche die Zählernummer, Herr Gartner, die Zählernummer, den monatlichen Abschlag haben Sie mir von 15 Minuten durchgegeben. Ja, ist das schon so lange her? Also, im Prinzip ist das 25813 in Husum, nicht wahr? Aber da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Richtig. Ja. Und was können Sie mir das Angebot dann zuschicken? Ich sende Ihnen die Unterlagen zu mit der Zählernummer, wo ich auch die Preise reserviere für den Zähler von Ihnen. Den was, bitte? Zähler, Zählerkasten. Soll ich da hingehen? Nicht, dass jemand anders den günstigen Tarif bekommt, sondern Sie persönlich. Ach, gibt's den nur einmal? Was? Den Tarif, weil Sie sagen, jemand anderes kann das wegnehmen. Richtig. Au. Jemand, der bei Ihnen auf der linken und rechten Seite wohnt oder so etwas. Und dann kann ich das nicht mehr machen? Nee, das, dann können Sie dann nichts mehr machen. Das ist ja schrecklich. Soll ich Ihnen mal meinen Enkel geben, weil ich kann das alles nicht mehr so gut machen? Okay, ich warte dann. Ja. So, Rian. Kannst du mal bitte mit der Frau sprechen? Wer ist denn der Opa? Ja, das ist wegen Stadtwerken. Ich verstehe das alles nicht. Du bist ja technikaffend. Ja, gib mal her. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Mit mir spreche ich denn bitte? Ich habe mal gerade übernommen von der Kollegin, die ist ein bisschen neu hier. Ich wollte mal nachschauen, wo wir noch stecken geblieben sind. Ja, und mir hat mein Opa gerade das Telefon in der Hand gegeben. Der hat das gleiche gesagt wie Sie. Aha, okay, der Opa hat Ihnen das durchgegangen. Okay, es geht ja um Folgendes. Der Opa soll ja jetzt ein Geld sparen bei dem Stromanschluss. Aha. Es gibt ja jetzt neue Tarifen, wo die Preise günstiger sind. Ja. Und wo man auf jeden Fall halt auch Geld einsparen kann. Ach so. Damit wir das den Opa zuschicken können, brauchen wir halt von Ihnen einmal die Stromzählernummer und einmal die Kundennummer vom jetzigen Anbieter. Ich weiß nicht, ob der Kunde Gas hat. Auch Gas, ne? Okay. Okay. Opa, das geht darum, dass du Geld sparen kannst. Ja, das habe ich ja verstanden. Aber die Frau, die hat manchmal schon undeutlich gesprochen. Ja, Opa, komm, ich gebe dir den Mann mal. Da ist jetzt der Chef dran. Hallo, Gärtner, hallo. Ali, hallo, Herr Gärtner, grüße Sie. So, ich habe mal kurz übernommen. Ist noch dabei geblieben, die Kollegin ist ein bisschen neu. Die ist was, bitte? Ich wollte es mal einfach mal übernehmen, sodass ich da mal einen Fehler machen, ne? Was ist mit der Kollegin? Was ist da passiert? Die ist neu, ist neu. Ja, und jetzt ist sie gegangen. Hat die jetzt Feierabend? Nö, sie hat keinen Feierabend, sie ist neben mir hier. So, Herr Gärtner. Wollte die junge Frau nicht mehr mit mir sprechen, weil ich weiß, dass ich anstrengend sein kann. Doch, sie wird gleich mit Ihnen sprechen. Ich werde sie weiterleiten. Aber ich kann halt nicht mehr so gut hören. Ich brauche von Ihnen erstmal, Herr Gärtner, die Zählernummer beim Strom und beim Gas und einmal die Kundennummer. Bitte schauen Sie auf Ihrer Abrechnung nach, wo die Zählernummer und Kundennummer steht. Das steht meistens auf der ersten Seite oben rechts. Schauen Sie mal bitte nach. Ich bleibe kurz in der Leitung. Ja, ja, das hatte ich mit der jungen Frau ja schon besprochen. Das sind 55 Euro im Monat. Das sind 50 Euro im Monat. Schauen Sie bitte nach der Zählernummer. Sie haben verstanden, was ich meine, ja? Das, äh, dieses, äh, die Vertragsgeschichte bei den Stadtwerken. Vertragskontonnummer. Ja, sollen Sie die haben? Ja, die soll ich haben. Wozu brauchen Sie die denn? Äh, wir brauchen sie, damit wir sie umstellen zur Immergrün, damit sie günstigeren Strom bekommen. Ach so. Ja, können Sie dann aufschreiben? Ja, schieben Sie los. Wie bitte? Ja, schreiben Sie, sagen Sie vor. Ich schreibe auf. Ja, das ist ja im Prinzip 05. Okay. 2, 4. 1, 7, 4. Okay. 1, 6. Okay. 2, 8, 1. Okay, das ist die Kundennummer, ja? Ja. Okay, das ist bei den Stadtwerken Hussum. Und bitte einmal die Zählernummer. Ja, das ist 1, 8. Ja. 2, 6. Ja. 1, 4. Ja. 7, 1. Ja. 4, 2, 5, 0. Okay, das ist beim Strom. Und beim Gas? Ist es dieselbe Kundennummer oder haben Sie eine andere? Also, vorhin sind wir von Gas abgekommen, weil das ist bei Ihnen irgendwie teurer als bei mir. Aha. Was haben Sie, was zahlen Sie beim Gas? 37. Und habe dann eine kleine Nachzahlung bekommen. Und dann wollte die Kollegin mir sagen, ich soll das jetzt für 55 erwerben. Aber das wäre ja deutlich toller. Okay, was haben Sie denn für eine Nachzahlung bekommen? Wie viel haben Sie da bezahlt? 21 Euro. Und so ein paar Cent. So ein paar Zerquetzte. Fürs ganze Jahr oder für den Monat? Ja, fürs Jahr. Das geht ja nach Jahr. Okay. Gut, beim Gas lohnt es sich dann nicht. Dann lassen wir den Gas weg. Okay? Ja. So, dann machen wir es nur bei den Strom. Strom ist auf jeden Fall günstiger. Das ist die Immergrün. Eine Marke der 365 AG. Da werden Sie auf jeden Fall umgestellt zu dem Anbieter. Sind dann auch günstigeren, bekommen günstigeren Strom. Ja. Und das Wichtigste, eine neue Preisgarantie für die Zukunft, dass es dann günstiger bleibt. Sie sind ja zur Zeit noch bei den Stadtwerken und zum GmbH, ne? Können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Natürlich. Sie werden jetzt umgestellt zu dem Stromanbieter Immergrün, damit Sie weniger zahlen. Ja. Und eine neue Preisgarantie bekommen. Zur Zeit sind Sie ja noch bei den Stadtwerken Husum, ne? Ja, und jetzt sagte die Kollegin eben, wenn man das, sag ich mal, nicht schnell genug macht und der Nachbar das kauft, dann kann man das nicht mehr kriegen. Deshalb sind wir auch sofort in der Leitung drin. Das heißt, ich mache jetzt eine Aufzeichnung für Sie. Wir legen das für Sie fest, geben die Auftrag raus, damit Sie die Vertragsunterlagen bekommen von Immergrün. Und dann werden Sie auf jeden Fall umgestellt, okay? Ja, aber finden Sie das in Ordnung, dass da so Druck auf die Kunden aufgebaut wird? Dass die mir sagt, ja, das Gas könnte ja morgen schon 70 Euro kosten. Oder dass, wenn mein Nachbar den Vertrag abschließt, dass ich das dann nicht mehr machen kann. Das ist ja Quatsch im Prinzip. Ja, das hat die aber gesagt von Ihnen. Okay, ich will Ihnen sagen jetzt, was richtig ist. Der Nachbar hat damit nichts zu tun. Da kann nichts passieren. Aber es kann passieren, dass der Preis vom Gas nach oben geht. Das ist richtig. Ja, wir reden ja jetzt nicht mehr vom Gas. Wenn Sie keine Preisgarantie haben, dann kann es so sein. Aber Ihre Kollegin, die wollte mich ja nötigen, das zu kaufen. Wenn die gesagt hat, wenn das der Nachbar macht, dann kann ich das nicht mehr haben. Das ist ja nicht so seriös bei Ihnen. Die Kollegin hat gesagt, wenn das der Nachbar macht, dann können Sie es nicht haben. Ja, Sie haben da doch zugehört. Ich bin... Äh, das ist wegen der Zählernummer. Das hat doch damit nichts zu tun. Na doch. Nein, nein. Sie hat sich dann anscheinend falsch ausgedrückt. Natürlich können Sie es haben. Der Nachbar kann es ja natürlich auch haben. Sie auch. Ich habe da doch sogar noch mal nachgefragt. Die hat das ja im Prinzip bestätigt. Fallen da denn viele Leute drauf rein, so am Tag, auf diese Masse? Herr Gärtner? Ja? Machen Sie sich einen Spaß mit mir? Oder reden wir jetzt ernst? Das ist eine ernst gemeinte Frage von mir. Wenn Ihre Leute da, sage ich mal, solche Fragen formulieren und solche Aussagen, die einem in die Enge drängen, das zu kaufen, weil man sonst danach... Nein, nein, Herr Gärtner, ich entschuldige mich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber anscheinend haben Sie etwas nicht falsch... äh, Sie etwas nicht richtig verstanden. Ja, natürlich. Jetzt ist der alte, dumme Mann schuld. Herr Gärtner, Herr Gärtner, lassen Sie mich bitte ausreden, dann erkläre ich es Ihnen, lieben... Das ist mein Telefon, da mache ich, was ich will. Sie können ja auflegen, wenn Ihnen das nicht passt. Lass mich doch hier nicht bedrängen. Sie können ja auch Ihr Telefon in die Mülltonne schmeißen, das ist ja Ihr Telefon, da haben Sie recht. Ja, vielleicht schmeißen Sie mal Ihr Callcenter in die Mülltonne und suchen sich mal eine ordentliche Arbeit. Wie wäre es damit? Aha. Warum? Warum meinen Sie das? Ja, wegen dem ganzen Gespräch, dass man da versucht wird, die Leute dazu in Kauf zu drängen, mit solchen Argumenten auf Emotionsbasis, dass das ja teurer wird oder dass man das morgen nicht mehr kriegen kann. Das ist nicht in Ordnung. Okay, sagen Sie mir mal so. Was haben Sie für Ihren Strom vor fünf Jahren gezahlt? Das weiß ich doch nicht mehr. Ah, weniger als heute, ne? Da gehen wir mal schwer von aus, weil ich habe mir inzwischen ja sehr viel Technik angeschafft hier. Ja, ja. Das hat nichts mit der Technik zu tun, sondern mit den Preisen. So, zweitens, wenn man nichts macht, jeder hat eine Preisgarantie bei seinen Anbietern, das dauert für ein oder zwei Jahre. Wenn die dann ausgelaufen ist, was haben Sie dann? Nix. Ja, dann habe ich einen neuen Vertrag. Dann zahlen Sie mehr. Wir haben einen neuen Vertrag. Ja, so wie die Kollegin, die mir einen 20 Euro teureren Vertrag andrehen wollte. Und mir dann gesagt hat, das wäre besser, 20 Euro mehr zu zahlen, weil es auch 70 Euro teurer werden kann. Nein, die Kollegin hat doch gesagt, das Gas lohnt sich nicht. Ja, ja, aber erst nachdem ich ihr das dreimal vorgerechnet habe, dass 20 Euro Nachzahlungen fürs Jahr, nicht 25 Euro mehr, für einen Monat ausgleichen können. Wo kriegen Sie denn die Arbeitskräfte hin? Für einen Monat. Ich entschuldige mich dafür, Herr Gärtner. Ja, wo kriegen Sie denn die Leute her? Also, es funktioniert ja so. Sie bekommen ja alles schwarz auf weiß. Ein was, bitte? Dass Sie das mal durchlesen. Sie bekommen alles schwarz auf weiß, die Vertragsunterlagen, dass Sie es selber durchlesen können. Nee, das will ich ja gar nicht haben. Ich habe doch gerade schon gesagt, dass ich das nicht möchte. Ja, wenn Sie den nicht gar nicht haben wollen, dann war es das auch schon. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch, wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Und nächstes Mal, vielleicht geben Sie sich mal einen Ruck, hören Sie einfach mal zu, was jemand zu Ihnen sagt. Es sind nicht alles nur schwarze Menschen auf dem Markt. Vielleicht will Ihnen auch jemand wirklich helfen. Nein, ich habe nichts gegen schwarze Menschen. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ein bester Freund von mir ist aus Afrika. Herr Gärtner, ich bin schwarz. Ja, das ist ja in Ordnung. Das steht Ihnen ja zu. Okay. Und ich... Und Herr Gärtner, machen Sie sich keinen Spaß mit mir. Ich rede ernst. Ich habe nicht gesagt schwarze Menschen, sondern schwarze Schafe. Und das haben Sie genau so gehört. Und ich möchte auch dieses Gespräch jetzt beenden. Ja, das können Sie gerne machen. Danke Ihnen. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Ja, wiederhören. Tschüss. Sie können jetzt auflegen. Will ich nicht. Ja, ich auch nicht. Wie lange arbeiten Sie heute? Wir können hier den ganzen Tag sitzen. Nein, ich lege auf jeden Fall auf. Tut mir leid. Alles Gute. Ja, habe ich gewonnen. Können Sie noch zugeben, dass ich gewonnen habe? Was haben Sie denn gewonnen? Naja, den Telefonkampf mit Ihnen. Den Telefonkampf? Ja, weil Sie ja auflegen. Dann habe ich ja gewonnen. Das ist wie wenn einer bei den Skat sagt, ich spiele nicht mehr weiter. Aha. Okay. Warum will ich denn nicht weiterspielen? Weiß ich ja nicht. Ich will Ihnen nur nicht weiterhelfen, dass Sie Geld sparen. Sie wollen mir nicht helfen. Ja, das wollten Sie überhaupt nicht. Nee, jetzt will ich es nicht mehr. Das will ich jetzt nicht mehr, weil das hat keinen Sinn. Ja, der Einzige, dem Sie geholfen hätten, wäre ja Ihre Provisionskasse. Herr Gärtner, ich finde Ihnen alles Gute. Wenn Sie sich ehrlich verabschieden wollen, dann machen Sie es. Wenn nicht, dann tut mir leid. Alles Gute. Möge der Friede Sie begleiten. Sie auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Jetzt hat er endlich aufgelegt. Habt ihr das gehört? Ja, das Gas könnte ja auch, äh, es hat 59, 70, 80 Euro kosten. Und darum zahlen Sie mal 20 Euro mehr als bisher. Und wenn Sie den Stromvertrag nicht abschließen, wenn das der Nachbar macht, können Sie das nicht tun. Und dann ist da noch so ein Teamleiter auf Kaugummi-Automat-Niveau. Das ist ja wieder grandios heute. Ich bin flag sip- Xiaomi. Das ist ja wieder video better.